hallo und herzlich willkommen auf ew2k tv und herzlich willkommen zu einer neuen folge footballmanager 2020 ich muss gerade mal wieder meine stoppo einstellen denn schaffst du da vergessen wer macht jetzt doch anders ich werde euch jetzt trotzdem immer hier begrüßen erst war es ja nicht so geplant auf jeden fall kriege ich es ja so ganz gut hin ja was ist los wir haben gestern unser testspiel gegen wuppertal gewonnen holland ist mega gut drauf in der vorbereitung und ich einfach sagen wir machen mal weiter wir gehen mal zum nächsten part hier so frankfurt gibt gebot für kamano ab ja dann gehen wir mal weiter hier würde ich sagen dann schauen wir das nächste testspiel gegen rede also wir sind noch in der vorbereitungsphase natürlich das ist derzeit aktuell natürlich nicht so spektakulär aber es gehört definitiv auch dazu hier sehen wir haben wir nicht irgendwie so einen kompletten kalender und jetzt sehen wir was dann auf uns noch so zukommt ja ich würde einfach sagen hier ist doch der terminplan weil das ist auch nicht das was ich gesucht habe was haben wir denn hier ratschläge zur aufstellung rede dann machen wir wieder das was unser co-trainer sagt dem mann vertrauen wir holland spielt weiter im sturm nach analyse zum spiel gegen wuppertal valerdi spielt bis zu seiner auswechslung der 45 minuten wirklich nicht gut er ist aber auch ein talent so rafael guerrero mega stark hier in der vorbereitung so dann haben wir hier fabian breitenbach kommt zu uns als chef sportwissenschaftler na gut dann im bericht haben wir da irgendwas interessantes ja dann würde ich sagen machen wir einfach weiter gehen hier einen schritt weiter so wo ist ja dort und wurde dazu aufgemacht die karte ist für die kommenden saison ganz erreicht mindestens vier spieler bei wusser ausgemacht ja nicht registrierte spieler ist der mori aber er ist ja auch verletzt momentan dann machen wir wieder die auto auswahl und bestätigen dann gehen wir wieder auf fortfahren taktik briefing das darf wieder der co-trainer machen so als favorit gehen wir das mit der flexibilität flexibel an die gegner der gegner ist ein großer unbekannter beginnen wir mit der grundausrichtung ausgewogen ja natürlich weil die uns wahrscheinlich komplett an die wand spielen werden oder was so erfolgsprämien werden ausgehandelt sie müssen entscheiden wie hoch in dieser saison die bundesliga und anwettbewerbe die erfolgsprämien für spieler und mitarbeiter seien sondern jede rettung oder erhöhen der siegprämie wird das transferbudget entsprechend erhöhen bzw verringern transferbudget liegt derzeit bei 24 millionen ja ich würde sagen wir lassen das einfach so oder vom nationalwettbewerb ach nee das ist eigentlich wir lassen es mal neutral wenn sie sich irgendwas dabei gedacht haben so scout bericht über rede uninteressant bei einem respekt dafür so hier ist noch die vorauswahl also diese diese vor play aus wie auch immer gut schließt transfer zu brusia dortmund ab ja sehr schön der lutz so jetzt geht weiter das spiel gegen rede und gegen oberhausen spielen wir auch noch fitness test so alle sind bereit so wie sie aussieht so wie sie aussieht und welche ist sancho reuss brandt wo zum spiel die spieler wärmen sich auf kickermann der name ist auch geil so mannschaftsansprache ähm so so sollen sich einfach mal einfach mal ganz relaxt hier das ganze heute so oh da passiert schon was reuss mit dem freistoß und da ist hummels und der ball ist drin ja so schnell kann es gehen passiert schon wieder was hummels zweite gelegenheit wieder nach einer standard also standards sind echt gefährlich habe ich das gefühl auch wenn es entweder nach standard beuys hummels was ist mit ihm denn leute den müssen wir mal loben jetzt mal zum milz na jetzt habe ich mich verdrückt holland hält den ball drin und bratner der geht leider drüber wieso fühlen wir euch 3-0 da habe ich was verpasst oder ist das jetzt das 3-0 vorland auf jeden fall im 4 ich habe ein tor verpasst oder die statistik bericht so was haben wir denn hier hummels 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 hat drei tore gemacht okay ich dachte eben der eine wäre gar nicht drin gewesen wow was für ein tor von julian nee delaney war es ja also rede nehmen wir gerade mal ordentlich auseinander jetzt passiert wieder was sieht mein hund aus so bis jack amre jan auf delaney wow nächstes schönes tor also die ausstellung scheint bombe zu sein die sollten wir uns vielleicht mal merken ist jetzt natürlich wenn wir uns den gegner angucken aber ich meine wir hatten schon mehrere test spiele wo das nicht so gut funktioniert hat wenn wir die ganze mannschaft hier loben gut ausnahme ist natürlich jetzt hits und wieder emre jan mit der balleroberung bis check auf reuss schön gemacht aber es ist abseits oben steht es auch aberkannt Saga du aber ich bin auch so ein held vom erdbeerfeld ich geh da oben irgendwo rein und unten steht es ja was hier alles passiert ist also 7 zu 0 erfolgreichstes spiel ist jetzt ich komm gar nicht zum lesen weil hier so viel abgeht so schulz auf emre jan und jetzt aus der distanz ne piss check julian brand und drin ist er das läuft 8 zu 0 nach 44 minuten hier unten ist alles ne quatsch stimmt auch nicht das sind andere spiele kommen hier halt nicht zum gucken so wirklich weil halt so viele sachen die ganze aber sind ja was sollen wir hier sagen Mannschaftsansprache noch seid ihr auf der siegerschaft aber das blatt kann sich schnell wenden wenn ihr nachlasst lasst das nicht zu so zusammenfassung da wo sehen wir denn hier gibt es das nicht irgendwie so ein bisschen entspannter ich will hierbei anpassen ich will eigentlich die Tore sehen einfach nur so steht hier jo der hat ein Tor gemacht der hat ein Tor gemacht da sehen wir es also zumindest hier also Tore Hummels 3 Stück Haaland hat 1 gemacht Delaney 2 Zagadou 1 und Brandt 1 ok dann geht es weiter und es geht schon wieder weiter nach 36 Sekunden Brandt hat den Ball zu Reus der zu Schulz und da ist Sancho aber nicht drin so Piszczek hat Konditionsprobleme da sollten wir gleich mal was gegen tun Hakimi ist noch im Urlaub so Emre Can Blanke auf Reus wird es heute zweistellig Brandt ohhh muss man sehen wie man sich hier ärgert obwohl es nur ein Vorbereitungsspiel ist also hier sehen wir es auf jeden Fall da unten ist ja aktuell aus den anderen Stadien aber wir können es ja nicht lesen weil es zu schnell läuft Delaney spielt auf Sancho wow wie der da vorbeizieht alter Schwede der zu Piszczek ja das ist leider blöd gelaufen ich glaube jetzt wird wahrscheinlich Rede ein Tor machen Kratz am Ball Bönerbach langes Highlight gerade wir wollen uns eigentlich nicht das ganze Spiel angucken oh jetzt Delaney mit dem Ball hier rüber zu Haaland er spielt zu Haaland und Haaland macht nicht das Tor und jetzt vielleicht doch noch ein Tor so wir sollten auf jeden Fall auswechseln das haben wir eben schon gesagt bekommen da ist natürlich jetzt nicht die stärkste Situation Akanji vielleicht für Schulz und jetzt Beuys ist auch nicht dass da noch was passiert nochmal Götze rein haben wir noch irgendwas hier Julian Brandt mit Haaland so können wir es dann mal probieren denke ich für die letzten Minuten Ja also 8 zu 0 ist das Spiel ausgegangen 8 zu 0 ist das Spiel ausgegangen das war glaube ich ok Das ist ja alles der Schlüssel zum Erfolg, weil jeder Mannschaftszahl war der Schlüssel zum Erfolg. Wo bleiben denn unsere Infos zu den Ajax Amsterdam Spielern? So, da kommt es doch, so. Das war zu teuer. Wollen sie nicht verkaufen? Ja, aber Bombe, ich probiere es mal. Ja, das wird bis zum 28.07. nicht verfügbar sein. Wir hauen mal hier 20 Millionen Euro. Ah, nee. Hauen wir mal 15 Millionen Euro. Ja. So, nach Ligatoren. Wer zehn Ligatore gemacht hat. Da sind noch Millionen drauf. Jo, dann gucken wir mal. Ja. Wollen auch nicht verkaufen. Können wir es ja trotzdem mal probieren. Mal 20 Millionen. Zahlungen. Das ist wahrscheinlich nicht so clever. Nach Liga-Einsatz. Jetzt würde ich sagen. 30 Spiele. Ohneinhalb Millionen. So, Rot-Weiß-Oberhausen. Haben wir auch noch jetzt hier. Vor Holland können wir mal loben. Ja. Ja, bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich klappt es mit einem Spieler zumindest. Nein. Ach Gott. Gott sei Dank. Nur ein Tag. Immer schon sehr, sehr allergisch, wenn ich das lese. Und schockiert quasi. Ja. Ja, dann schauen wir mal. Praktikbriefing. Das soll wieder der Trainer, der Co-Trainer machen. Gegenangebot für Klostermann. Ähm. Oh, für 25 Millionen. Aber so viel habe ich nicht. Aber das ist gut. So. Neres, dein Angebot wurde abgelehnt. Ja. Klostermann ist vielleicht die bessere Wahl. Weil offensiv sind wir eigentlich breit aufgestellt. Ähm. Okay, passt auf. Wir machen. 22,5 Millionen. Und nach 30 Liga-Spielen gibt es 4 Millionen drauf. Und beim nächsten Verkauf kriegen sie 30%. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn? Leipzig sieht das Angebot als akzeptabel an. Freut sich über die rasche Einigung. Geben sie das Angebot ab. Und zur nächsten Phase. Ja, geil. Sehr schön. Das soll dann Michael Zorc machen. Und wir können weitermachen. Klostermann. Wobei wir mal sagen, Hakimi. Kommt aber Hakimi verlassen. Das ist eigentlich echt schlimm hier. Also ich habe ja jetzt nicht vor, dass ich quasi auch rausfliege. Aber Hakimi wird wahrscheinlich nicht bei uns bleiben. Und Piszczek wird auch gehen. Also brauchen wir sowieso einen Rechtslager. Da ist Klostermann echt Bombe. So, Fitness-Tests. So, das war ja das, was ich gesagt habe. Kann man das irgendwie speichern hier? Ich kann diese Aufstellung speichern. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Doch, hier. So. Ähm. Vorbereitungs. Top-Team. Vorbereitung. 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 Aufstellungs-Empfehlung. Ja super, Reus soll noch nicht spielen, sagt er. Da war's, da war's. Da wollte ich hin. Ja. Oh, ich spiele trotzdem, alles klar. So. Ja, dann schauen wir mal. Gegen Rädern war schon 5-0 geführt. So, da passiert was. Götze. Kann man hier nicht eine andere Kamera? Die ist ja voll ätzend. Da hat er gehalten. Oha. Ist ja die Ultrakasse-Kamera. Die kann ich leider nicht verschieben, beim Regisseur. Okay, Regisseur ist doch das Beste. So, es passiert wieder was. Fiss-Check. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Oha. Alter. Abseits. Nee, 11 Meter. Er wurde weggeschubst. Stand er gerade da? Und Haaland macht's 1-0. Mit dem müssen wir eigentlich den Vertrag verlängern, auf. Beste dir für 10 Jahre. Götze wieder zum Haaland. Can. Sancho. Schade. Zurufen mal. Soll ich unter Druck setzen lassen? Boah, das gibt's nicht. Jetzt nach vorne. Götze. Wieder Piss-Check. Dreh- und Angelpunkt. Götze. Götze. Schade. Na komm, ab in die Kabine. Ja, berauschen war das jetzt leider noch nicht. Ja. 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 Werdet kreativer. Was ist denn hier jetzt los? Ja. Wow, starkes Tor, Can. Ich glaube, wenn der Tording hat, ja, mit dem Ball durchs Tor, durchs Netz hingeflogen. Tja, da haben sie mal, nee, abseits. Ja. Ja, der, hm, Sancho überzeugt mich jetzt noch nicht. Ja, super, wie soll ich jetzt dafür einwechseln? Wir können höchstens Hazard in Sturm stellen. Ne. Wird's blöd gewechselt. Ja. Wieder so ne Butze von Can. Nicht schlecht. Ja. 3-0 gewonnen. War jetzt nicht der Oberkracher. Ja. Was? Wieso? Borreiro, was ist los? Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle dann wieder Feierabend. Wir sind heute mal nicht bei 30 Minuten, aber es ist ja nicht so schlimm. Knapp drunter. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback wieder in die Kommentare. Ich weiß, die Vorbereitung ist zäh. Aber wir nähern uns so langsam dem Bundesliga-Start. Ist ja immerhin schon der 15. Juli jetzt. Und ja, da würde ich einfach sagen, haut in die Tasten, schreibt Kommentare, guckt auch in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr weiteren Links zu meinen Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Links zu meinem Twitch-Kanal. Gerne mal ein Follow und Liken, ein Abo dalassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr dort auch mal vorbeischauen würdet. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Lasst euch mitgehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.